so ihr lieben zurück bei 4 ja sie schlafen alle nach bresten wie geht's dir hallo ich weiß nicht was wir jetzt tun sollen ja ich auch nicht aber wenn du wirklich mithelfen möchtest dann pflück ein paar tatoes und bringen sie hierher ich gebe dir zwei kronkorken pro stück ja hier bitte da sind deine kronkorken wo ich habe keine bekommen was geht nie ab was schon immer so club ich glaube weil die alle schlafen passiert ja nix das war gut das war gut ja gut wenn das erste mal nicht so da hinten schläft noch jemand hier der kleine mann schott passen zum socken es ist schön so viel zu essen zu haben früher gab es nur eine mahlzeit pro tag ja gut dann müssen wir wir ja aber ich habe kaum noch stim bags also quasi keine mehr das schaffen wir nicht ja ja das schaffen wir nie was machen wir da jetzt mal spontan dass man noch ein bisschen ehenfähigkeitspunkt haben wir jetzt noch näher haben wir gucken mal naja vom Voltec ja das werden wir mal gucken stellen ja machen wir das würde ich sagen genau genau wo sind das ja wo ist es ach ja gut dann machen wir das radio aus ja ist ja nicht weit aber wenn wir jetzt wieder hier ne das schafft man noch nicht erstens brauchen wir wollen schaffen aber wahrscheinlich auch nicht er müssen mal gucken wir gucken mal vielleicht schaffen es doch ja ich bin gespannt gespannt wie ein flitzebuken wir prästen mussten du warum sitzen oder was so müssen wir hin und zwar da müssen wir hin so da können wir eigentlich schon doch zwischendurch mal nutzen irgendwas nützliches so keine ahnung wo wie was auch wo gehen wir lang wo gehen wir lang normalerweise geradeaus ne ich wollte erst sagen wir gehen nach und wir probieren es jetzt ja wir müssen ja auch mal ein bisschen fighten ne haben wir ja in den letzten folgen nicht gemacht ne wir sollten weiter ja doch das machen wir ruhig noch mal noch mal ruhig und moment chef nicht was wohl Nicht, was, wo? Schon mal gesagt. Nein. Oh, nehmen wir mit. Und nehmen wir auch alles mit. Liegt ja schön rum, nehmen wir es mit. Oh. Au. Was für Geräusche. Verbessert. Verbessert ist gut. Das geht. Das kriegt man hin. Ach nicht. Ja. 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 Also. Ja. so wenig klammer ach warum habe ich da oben da oben pressen warum ach da habe ich nur ein schuss sollte nicht endlich so ja dann fangen wir von 9 an 1 wo ist denn dann safe nach hier nicht komm her wo denn was denn ach wir wollten eigentlich sowohl wie kommt man jetzt da hoch hallo so wir wollten eigentlich sowohl aber naja da sind wir bei den looten finde ich so geil das spiel ich finde vor ort 4 so geil ne da oben naja doch doch pressen doch 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 findet man manchmal doch mehr aber naja eigentlich sind wir zu früh zu früh hier aber igol so 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 Oh! Oh! Wo ist das Radio? Nein! Wo ist es? Oh, jetzt ist zum Glück Ruhe! Was? Ich was? Wo? Und ich wollte immer noch... Zuwalt! Au! Wo? Wie? Wo? Ja! Ja, 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 ja! Hier ist Nix! Wo? Waren wir schon hier? Oh, endlich wieder Simbacks! Nice! Und eigentlich wollte man zur World... Ja! Nimm dir bei Vollortfair nix vor! Du kommst da nie mit der Folge ein, was du dir vornimmst! Richtig! So! Ähm... Kommen wir hier runter! Äh, runter, komm... Kommen wir hier runter?! Nr... Das wird jetzt wieder hart. So ihr lieben, das wird wieder hart. Warum sind die dann nicht mehr automatisch rein oder habe ich noch keine mehr? Ich dachte, ich habe welche gesammelt. Doch, ja. So, das wird hart jetzt. Definitiv. Wir sollten mal, ja, 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 das glaube ich dir. Wir brauchen auch mal ein ... genau. Schätze, sie werden das nicht mehr brauchen. Nö, pressen. Nö, 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 nö. Klug. Glaub ich auch. Ach. Nicht scheiße. So, was sagt man nicht? Ich doch nicht, ich habe doch keine Angst. Wenn, dann habe ich Respekt, aber keine Angst. Ach, Mensch, wir sind so früh hier, aber ich will trotzdem rein. Ich will trotzdem rein. Jetzt sind wir immer hier, aber gehen wir rein. Ich will trotzdem rein. Das ist doch scheiße. Wo habt ihr geflüchtet? Ja, 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 ja. Oh, ¡hutzt sie geflüchtet! Oh, schwa, geflüchtet. hat sich erst mal geflüchtet ja das liegt in unserer natur meinung das liegt in unserer natur wo war jetzt überhaupt der eingang eigentlich da lädt er noch ähm prästen prästen ich habe nur nicht mal angesetzt so die kiste machen wir noch so das nehmen wir noch so und wie man der volt rein kommen das schauen wir uns in der nächsten folge an oder hier und somit sage ich mega daumen für euch und tschüss